Grüß Gott, Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in meinem Kanal. Ja, Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Mal wieder ein kleiner Ritterbericht zum Anfang dieses Videos. Wunderschöner blauer Himmel, wie ihr seht. 24 Grad ungefähr, nicht so warm, nicht so kalt. Eigentlich ganz gut zum Motorrad fahren. Und bevor das Video beginnt, muss ich jetzt erstmal tanken, weil ich habe gerade gemerkt, ich bin hier hingefahren und zack, war der Tank leer. Super. Jetzt stehe ich hier gerade an der Tanke. Jetzt nehme ich das Ding raus. Jetzt drücke ich drauf und es kommt einfach nichts raus. Hä? Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich fahre jetzt mal da rüber oder so. Tankdeckel auf. Aufschrauben. Super. Hä? Hä? Freunde, das funktioniert auch nicht. Hä? Äh? Letzter Versuch. Zack und. Ja, das will ich. Warum kommt da nix? Hallo? Freunde, ich gehe mal schnell drin fragen. Ja, also das Tanken war jetzt gar ganz strange. Keine Ahnung, was zu diesem Super los war. Konnte man auf jeden Fall nicht tanken. Ja, Freunde, das heutige Video wird ein kleines Laber- und Wheelie-Action-Video. Da können wir gleich mal rein starten mit einem schmackhaften Wheelie. Zack. Ja, geil. Freunde, wie geht's euch? Lange haben wir uns nicht mehr gesehen. Zurzeit kriege ich es irgendwie nicht hin, zwei Videos in der Woche zu machen. Ich weiß auch nicht warum. Ist ziemlich stressig zurzeit. Aber ein Video sollte ich hinbekommen, damit ich euch wenigstens einmal die Woche nerven kann. Ja, Freunde, was ist so alles passiert? Womit fangen wir an? Ich habe einen Freund abgeholt von der S-Bahn mit der Ape. Für alle, die es noch nicht wissen, ja, ich habe eine Ape, eine TM703. Die habe ich in dem Video vorgestellt, da rechts oben bei dem I. Schaut euch das an, wenn ihr Lust habt. Auf jeden Fall hole ich den so ab, gell. Dann sind wir irgendwo im Nirgendwo und auf einmal geht sie aus. Auf einmal geht die Kacke aus und dann stehen wir da. So, Freunde. Ja. Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Das ist der Kilian ohne Helm. Das alle, die ihn noch, die ihn mal sehen wollten. Ist noch Single übrigens. Stehen hier mitten im Nirgendwo und die Ape ist einfach ausgegangen. Ich glaube, es hackt. Also wirklich. Einfach während dem Fahren aus. Ja, da wurden wir ehrenhaft abgeschleppt. Nächste Story aus dem Leben. Freunde, ich habe es befürchtet. Ich habe es im letzten Video mit dieser Legende schon angesprochen. Aber es sieht schon aus, als würde uns die Kawasaki verlassen. Der schlimmste Albtraum ist wahr geworden. Ja, sie wird verkauft. Höchstwahrscheinlich. Und dann, keine Ahnung, was dann kommt. Wahrscheinlich nichts. Aber ein Video wird es noch mit ihr geben. Auf jeden Fall. Einmal fahre ich mit ihr noch. Ja, hat ihr das gesehen, Freunde? Was hat denn das für Kranke trippt? Ja, der Enduro-Profi. Zack. Ja, Freunde. Die nächste traurige Nachricht ist die gute Beta. Meine Geliebte. Mein Ein und Alles. Freunde, die gute Beta, mit der alles begonnen hat, wird uns höchstwahrscheinlich in vier Wochen spätestens verlassen. Freunde, aber es wird was Neues kommen. Es wird was richtig Geiles Neues kommen. Da werden auch urgeile Videos mitgedreht. Ich sage es euch. Aber es sind ja noch vier Wochen. Wir haben noch Zeit mit ihr. Trotzdem fängt jetzt die Zeit an, wo ihr es nochmal genießen müsst. Die gute zu sehen. Die Kurven. Die Kanten. Die Optik. Ja. Urgeil einfach nur hier. Ja, Freunde. Dann war ich in letzter Zeit viel am Stuntsport unterwegs. Und habe viele neue Sachen gelernt. Und die eine zeige ich euch jetzt gleich. Okay, Freunde. Schaut wie folgt das. Wir fahren. Wir machen beide Füße hinten drauf. Und zieht da den Willi hoch. Oh Gott, oh Gott. Jetzt die Film. Freunde, ich würde sagen, wir machen das Ganze hier nochmal. Zack, beide Füße drauf stellen. Und... Freunde, ich sage es euch. Das fühlt sich so urgeil an. Nochmal dieses Gefühl, als hätte man den Willi gerade erst gelernt. Dieses Kribbeln im Bauch. Dieses Schlackern in den Knie. Freunde, das ist wirklich... Ja, urgeil. Dann habe ich natürlich noch einen Trick gelernt. Und zwar... Der nächste Trick schaut wie folgt aus. Und zwar... Seht ihr das, Freunde? Ja! Bursi, offiziell jetzt Stuntboy geworden. Spätestens jetzt, Leute, ist es offiziell. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr Amateur nennen. Das ist wirklich ein real Gangster. It's called Bike Life for a reason. Yeah! Jo, Freunde, seht ihr den Hubschrauber da? Alter, wat'n fettes Teil. Freude, ich habe das Gefühl, das ist einfach unmöglich. Oh Gott! Oh, Freunde! Habt ihr das gesehen? Das hat sich ja richtig kranker gefühlt. Oh, ho, 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 ho! Ja! Freunde, habt ihr das gesehen? Freunde, falls ihr irgendwelche Tipps habt für mich, wie diesem Circle Wheelie, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ich bin jetzt erst mal im Urlaub eine Woche. Habe ich genügend Zeit, mir das Ganze durchzulesen? Bitte, falls irgendeiner von euch, irgendjemand, der dieses Video sieht, den Circle Wheelie beherrscht wie kein Zweiter, bitte schreibt mir Tipps in die Kommentare. Ja, Freunde, jetzt mit dem Circle Wheelie glaube ich, würde euch nichts mehr. Aber, naja, das lernen wir ja auch nicht an einem Tag, oder, Freunde? Trotzdem würde ich sagen, war es das dann mit diesem Video. Falls ihr es genauso uhrgeil, wie ich fandet, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Falls ihr das Video uhrscheiße fandet, gebt dem Ganzen einen Daumen nach unten. Lasst ein Abo da. Da jetzt draufklicken, glaube ich. Würde mich riesig freuen, wirklich. Dann aktiviert noch die Glocke, damit ihr keins von diesen Banger-Videos mehr verpasst. Und, Freunde, dann war es das auch schon wieder mit mir, von mir. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Peace out.